Das wird schon auch ein gutes Video, mit Pietro ist immer witzig. Ich habe eine Frage, darf ich die Anmoderation machen? Bitte. Was geht ab Leute, heute wieder am Start hier. Heute die Revanche, ein anderes Wort für mit dem lieben Sebastian Wuth. Du wolltest meine Ankündigung nachmachen. War die falsch? Heute ist wieder soweit, heute kommt ein anderes Wort für die Revanche. Heute gegen... Ich habe es genau gleich gemacht, du bist ein Lügner. Für alle Leute, die vergessen haben, wie ein anderes Wort für geht, spende es hinter der Kamera und sagt zum Beispiel ein anderes Wort für gut. Schlecht. Komplett falsch. Ich würde sagen, wir fangen direkt an mit dem ersten Begriff. Let's go. Ein anderes Wort für Wasser. Ein anderes Wort für gut, schlecht. Milch. HVO. Wasser. Was für Wasser? Trinken. Flüssigkeit. Flüssigkeit. H2O. R2 und D2. Getränk. Ein... Ein... Getränk. Sascha ist ein Loser. Oh, oh, oh. Ein anderes Wort für Haare. Kostbedeckung. Haare. Haare. Perücke. Style. Perücke. Dessou. Dessou? Ein anderes Wort für Haare. Ich hab mich eh... Also wie gesagt, es macht eigentlich wenig Sinn. Mode. Verrücken. Körper. Körperteile. Also, ey, guck mal mal. Frisur. Ein anderes Wort für Haare. Haare sind Haare. Was für ein anderer Wort. Das andere Wort, das haben wir auch nicht, sondern andere Webewesen. Haut. Was? Posten. Ein anderes Wort für Haare. Fell. 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 Ach so. Du schlecht, Alter. Ein anderes Wort für Haare. Aber das ist schon scheiße, Digga. Fellhaare. Also, ähm. Sagt der Fell. Pass mich nicht an. Ein anderes Wort für Hoheit. Königlichkeit. Oh, er hat König gesagt. Ja, er ist König. Ein anderes Wort für eine Millionenstadt. Großstadt. Ähm. Eine Millionenstadt. Eine, 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 eine. Ein Monopol. Was für ein Monopol? Eine Weltstadt. Hauptstadt. Ein anderes Wort für... Was sind das für Begriffe? Für eine Stadt, die über eine Million Einwohner hat. Großstadt. Ja, Metropole. Ja, Metropole schoß man selber nicht. Großstadt. Millionenstadt. Großstadt. Bro, wie ob wir es noch Großstadt sagen. Wenn du noch einmal mich hier diskriminierst vor allen Leuten in Deutschland. Ich versuch doch nur zu kämpfen. Ich will gewinnen. Nochmal Stück für Stück. Eine Stadt, die mehr als eine Million Einwohner hat. Ist eine über Millionenstadt. Ist eine? Dann bist du dumm und ich auch. Haben wir es. Also, ich sag mal so. Das Wort, was Sascha gerade hier rausgehauen hat, geht irgendwie nicht, aber es ist komplett falsch. Metro... Metronomstadt. Sascha. Metropol. Ja. Aber das ist wieder so ein Begriff, der muss nicht sein bei mir. Ein anderes Wort für Luxus. Armut. Luchst. Wohlstand, es ist der Wohlstand. Es ist der Wohlstand, Bro. Ein anderes... Armut, Digga. Ehrlich, Digga. Petro ist so nice. So witzig. Toll im Gegenteil. Reichtum. Ey, guck mich nicht so an. Ja, dann hab ich dir gedacht. Du kurzst mich die ganze Zeit. Entschuldigung. Ein anderes Wort für Fernsehen. TV. TV. Ja. Es ist ja TV gesagt. Es ist TV. Hör mir zu. TV. TV. Nein. Und ich hab dann auch erster TV gesagt. Und TV, TV. Ich hab TV, TV gesagt. Okay. Wenn du ein Mann bist, gibst du mir den Punkt. Ja, ich muss ja nicht sagen, den Punkt geht nach vier. Danke. Hihi. Warte. Okay. Jetzt musst du so Haltarm machen. Ein anderes Wort für Folter. Folter. Misshandeln. Missbrauchen. Missbrauchen. Quillen. Quallen. Das ist so unfair. Ein anderes Wort für Alkohol. Wasser. Kein Alkohol. Fresh Getränk. Es ist Alkohol. Alkohol. Es ist ein Prozentual. Spirituosen. Er hat wieder was geklaut. Es war Spirituosen. Und ich hab Spiritus gesagt. Merkst du, dass ich dir immer den Gedanke gebe? 0,0. Wasser vor allem. Du lügst deine Community an. Ein anderes Wort für Schließfach. Wank für Dresor. Schließfach ist zumachen. Einer, äh, 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 spinnt. Sag noch einer da draußen, dass ich nichts im Kopf habe. Ich schwöre, Spint ist Champions League Niveau. Und hier sehen wir die Europa. Und? Angst? Gar nicht. Spint ist Champions League Niveau, Digger. 0,0. Natürlich. Ich bin locker drauf. Ich gönne dir den Punkt. Danke. Ein anderes Wort für Sport. Kein Sport. Bewegung, Bewegung, Bewegung. Warum warst du da mit keinem davor, Bro? Fitness. Ich hab ein Bentley. Du bist so sexy. Kein Spinn ist so einfach nur so flexen, dass die Leute denken, ich weiß es nicht. Und dann kommt die Antwort. Ich sage euch eine Sache, unterschätzt mich nicht. Denn es gibt ein englisches Sprichwort. The rest of me doesn't matter the way. Das ist Oxford. Englisch. Das heißt so viel wie das Leben ist ein Game und ein Sieg. War der gut? Ein anderes Wort für Web-Videoproduzent. Producer. Ein anderes Wort für Fotografie. Fotograf, Grafiker, Designer. Fotografie ist Filmen. Designer. Was für Designer, Bro? Es ist nicht Designer. Ich kann mich nicht konzentrieren, wenn ich... Fotografie ist doch so ein einfaches... Bilderei. Bilderbuch. Kunst. Du warst schon ganz, ganz nah dran. Oh nein, das hab ich gesagt. Was hat er gesagt? Was hat er gesagt? Das ist mein Punkt. Künstler. Bild. Techniker. Bild. Bild. Künstler, Bild, Künstler. Bild. Bilderei. Es ist eine Fotografie. Bild einfach. Ich hab doch Bild gesagt. Nein, du hast Bilder. Fotografie, Bild. Ein anderes Wort für Fotografie ist doch nicht das Wort Bild. Ja, es hat Bilderbuch. Und du hast mir drei Punkte. Oh, jetzt chill mal. Du kommst hier 20 Mal mit Design ums Eck. Wo soll ich von dir Ideen klauen? Das hier hinten ist ein Bild und keine Fotografie. Ist ja kein anderes Wort dafür. Wenn es eine Fotografie ist, schon. Ja, aber das ist ja keine Fotografie. Ist ja gemalt. Also ist ja kein anderes Wort für eine Fotografie. Macht ja gar keinen Sinn. Oh Mann. Ich hab Bild gereicht. Ich bin abge... Du hast nicht Bild gesagt. Ich hab Bilder gesagt. Ein anderes Wort für Liebe. Hass. Was? Bro, ich kann nicht mehr. Guck mal. Emotionen. Ich beschränkte... Gefühle. Ins Herz schließen. Geborgenheit. Er klaut wieder was. Ich merke das. Ich spüre das. Beziehung. Hochzeit. Nein. Das hat was mit Liebe zu tun. Ja. Ein anderes Wort für Liebe. Entweder man liebt jemanden oder man mag den nicht. Was anderes Wort. Ich liebe dich. Wenn du eine Person liebst, wie bist du dann zu dir? Was hast du... Gefühlvoll. Ehrlich. Ich. Du hast eine zu der Person. Bindung. Zuneigung. Es ist die Zuneigung. Es ist... Ja, auch Bindung. Was sagt man los? Die Zuneigung, Bro. Anderes Wort für Reden. Reden. Sprechen. Laman. Artikulieren. Ausdrücken. Sich ausdrücken. Aussage. Kommunizieren. Kommunikation. Sascha, guck mal, du schmorzst mit mir ab. Ich mach ruhig. Auch ich muss mich mal konzentrieren. Ich sag dir jetzt einen One-Take, okay? Sich austauschen. Anderes Wort für Reden ist... Sprechen. Bro, du sagst One-Take, ich schneide da nicht. Okay, ich weiß es doch nicht. Für was? Man, man... Für Reden, haben die gesagt? Man, man... Man quatscht. Quatschen. Unterhaltung. Unterhalten. Ich hab... Nein! Nein! Was für ein Mensch bist du? Ich sag Unterhaltung und du nimmst es mir weg. Was für ein Mensch bist du? Ich hab Unterhaltung nicht weggenommen. Ich hab nur Unterhalten gesagt. Ein anderes Wort für Lineal. Geboträg! Zirkel! Messgerät! Messstab, Messstab! Marschband! Marschband! Marschstab! Marschabad! Nils! 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 Marschband! Marschband ist doch Marschstab! Du bist meine Torella, L.A. Und dann sind wir komplett raus. Falls ihr euch das Video gefallen habt, könnt ihr sehr gerne... Daumen nach oben da lassen. Falls ihr diesen Kanal nicht abonniert habt, könnt ihr jetzt auf kostenfreier Ehrenbruder-Basis ein Abon... Der Paradox, was hast du gebraucht? Das hast du vor 10 Minuten schon reingeschrieben. Es juckt keinen, was du schreibst. Falls ihr diesen Kanal nicht abonniert... Ist alles okay? Ich glaube nicht. Falls euch das Video gefallen hat, könnt ihr sehr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Falls ihr diesen Kanal nicht abonniert habt, könnt ihr jetzt auf kostenfreier Ehrenbruder-Basis ein Abonnement... Da lassen. Für mich da lassen. Für mich da lassen. Und für mich auch. Nein, für mich nicht. Für Sascha. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder, wenn es wieder heißt. Simon, du hast gesehen, wie Sascha mir meine Punkte geklaut hat? Du weißt, dass ich immer kämpfe und diese Runde war in meinen Augen nicht fair. Das war's von mir. Tschüss. Ich bin einfach nur menschlich enttäuscht. Eins nice Video. Ballen!